Hallo, hier ist Kei Seige, grüßt und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute habe ich eine wunderbare, kurze, knackige, mega effektive Beineinheit für dich und du brauchst für immer nichts, außer deinen wunderbaren, einzigartigen Körper und ein bisschen Platz um dich herum. Bevor wir aber loslegen, wenn du mal wissen möchtest, zu welchem Stoffwechseltyp du gehörst und welches Training somit für dich am besten geeignet ist und vor allen Dingen, welche Lebensmittel dir so richtig gut tun und welche gar nicht so super sind für deinen Stoffwechseltyp, dann empfehle ich dir, mach das Quiz unter diesem Video, aber dauert drei bis vier Minuten und du bekommst von mir dein personalisiertes Ergebnis am Ende. Jawohl, so, lass uns loslegen. Wir beginnen im Hüftbreitenstand, du richtest dich auf, nimmst die Schultern nach oben, setzt die Schulterblätter nach hinten, unten und bringst erstmal ganz viel Spannung in deine Körpermitte. Das heißt, du ziehst deinen Nabel nach innen, ja, schön aufrecht. Wir atmen noch erstmal ein, nimm die Arme über die Seite nach oben und atme aus, bring sie wieder nach unten. Okay, wir legen los und zwar, wir heben das rechte Knie an, du tippst mit den Zehen auf den Boden auf, wir gehen in den Ausfallschritt nach rechts und wir kommen wieder zurück. Auf tippen, anheben, auftippen, zur Seite und zurück. Antippen, jawohl. Hoch das Knie und zur Seite. Und noch zweimal. Jawohl. Du kommst zur Mitte, du hebst das rechte Knie an, Fuß des Flex und jetzt schiebst machst du dein Knie hier nach oben. Kleine Impulse. Wenn du Herausforderungen mit deinem Gleichgewicht hast, kannst du die Arme zur Seite nehmen, du kannst dich aber auch an den Stuhl, an der Wand festhalten. Zwei, eins. Achtung, jetzt bringen wir die Knie auf eine Höhe, ja, das heißt, dein Unterschenkel zeigt nach hinten. Und jetzt machst du hier nach hinten. Kleine Impulse. Du kannst dich auch an einem Hund festhalten. Ein Grad, eine, eine, vier, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Jawohl. Tippt mit dem Fuß auf, wir gehen in den Ausfallschritt wieder zurück nach rechts, nehmen die Arme aufeinander und jetzt gehen wir hier in Impulse rein. Das heißt, du möchtest mit deinem Becken nach unten, die Schultern sind schön tief, Oberkörper ist lang gestreckt. Acht, vier, drei, zwei, eins. Und zurück zur Mitte. Lockere dich hier kurz auf und machen das Ganze mit links. Zuerst das Knie heben, auftippen, Ausfallschritt zur Seite. Zurück. Knie heben, tippen, Ausfallschritt. Ja, wohl. Und auch hier noch zweimal. Mitte. Knie heben, Fußflex und du schiebst das Knie nach oben. Kleine Impulse. Achte auf die Körpermitte, die ist immer noch schön aktiviert. Ein, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Knie wieder nebeneinander, hinten weg und dann hier die Impulse rein. Stell dir vor, du müsstest hier was Schweres wegschieben. Lass dir den Atem fließen. Habe schön aufrecht. Drei, zwei, eins. Jawohl. Auftippen. Wir gehen in den Ausfallschritt und machen hier dann E-Impulse. Schultern tief, klick geradeaus. Acht, sieben, drei, zwei, eins. Jawohl. Komm zurück zur Mitte, lockere dich hier wieder auf. Wir gehen zurück an das rechte Bein. Wir gehen in den Ausfallschritt nach vorne, bringen den linken Arm vor. Wir gehen zurück. Wir gehen in den Ausfallschritt zur Seite und bringen den Arm zurück. Wir gehen vor und zurück. Zur Seite und zurück. Vor und zurück. Zur Seite. Jawohl. 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 Wenn deine Ausfallschritte nicht so groß ausfallen, ist das überhaupt kein Problem. Wichtiger ist wirklich, dass du schön aufrecht bleibst. Letztes Mal zur Seite. Sehr schön. Hüftbreiter Stand. Schritt nach rechts. Squat. Zurück. Schritt nach vorne. Lunge. Zurück. Schritt zur Seite. Squat. Zurück. Schritt nach vorne. Lunge. Zurück. Und auch hier wieder aufrecht. In deiner Mitte. Also anstatt den Schritt in Side Lunge, machen wir einen schönen breiten Squat. Letztes Mal vorne. Und Seite. Jawohl. Kurz auflockern. Linkes Bein nach vorne. Rechter Arm geht vor. Zur Seite. Nach vorne. Zur Seite. Jawohl. Noch zweimal. Sehr schön. Schritt nach links. Squat. Hoch. Schritt nach vorne. Lunge. Hoch. Jawohl. Jawohl. Und letztes Mal. Sehr schön. Auflockern und schüttel die Beine aus. Atme ein und atme aus. Einatmen und aus. Jawohl. Schüttel dich auf und du hast es geschafft. Sehr schön. Prima. Sei stolz auf dich. Vorher ich es vergesse, jeden Donnerstag gibt es hier etwas zu gewinnen. Und du kannst dabei sein, wenn du meinen Kanal abonnierst, unter diesem Video kommentierst und dieses Video likst. Dann landest du automatisch im Lostopf und kannst gespannt sein, was es am Donnerstag zu gewinnen gibt. Bis dahin, mach es gut. Ciao, ciao. Hier ist Kay.